Es gibt so viele Kills, die reported werden im Camo, wo man nicht den falschen Votet in dem Moment. Ich wollte den Trapper killen und da werde ich gekillt auf dem Weg zum Trapper. Ich hab dich gerettet, mein Mill, um dich zu gestern. Deinen Trapper? Es war was? Haro wollte seinen Trapper killen. Aber das beste war Flesch. Ich gest jetzt... Ich glaube, Juli kommt nicht. Ich glaube, Juli kommt nicht. Die kommen nicht mehr. Die hat gesagt, die kommen eine Stunde später, aber ja. Bist du dir sicher, dass das wieder für heute galt? Ja, 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 diesmal. Wahrscheinlich für heute. Ja, auf jeden Fall. Viel Spaß. Ich arbeite hier nicht umsonst. Ich freue mich auf Sonntag. Da bist du dabei, ne? Ich bin dabei, du bist dabei. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Dem, 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 dem. Ich bin dabei, du bist dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Scheiße. 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 Ah, Junge. Ich kann hundertprozentig Teste rausnehmen, ich bin in seine Trap gelaufen Gut den Trapper ausgecalled Sakuri, wo liegt denn die Leiche? Danke, die ist in den Office Sakuri Ja Also Vlesk war gerade vor einer Sekunde noch an der Lifeline Ja lebendig Das zeigt uns wieder, wie schnell es gehen kann Leute, geht zur Vorsorgeuntersuchung Es ist einfach Ein wichtiges Thema Grundsätzlich, wenn ihr sagt, ihr seid gesund Dann zu DKMS gehen, Blutschleppchen rein Spender sein, es gibt so viele Möglichkeiten Diesen Kill hier als leere sehen zu können Ich finde auch, ich skipp hier, tschüss Wow, schönes Pädoyer Also ich kann nur sagen, ich bin gerade Aus Weapons raus, da kam mir auch noch welche entgegen Bin dann in Admin rein und oben Kurz vor Lifeline, liegt was So, das ist alles, was ich sagen kann Das klingt wie Bullshit Ich glaube, was der so sagt Klingt wie Bullshit Ja, also Ich klingt denn Bullshit, erzähl mal Vlesk hat vor einer Sekunde gelebt Und dann ist er nicht mehr am Leben Und dann bist du direkt da Du hast den lieber Umfall sehen Du hast keinen Mariner gesehen Du hast nichts gesehen Du bist Olaf Scholz Naja, es kann halt immer noch Es kann halt immer noch ein Papierbiss gewesen sein Dass sie nicht sieht Ja, aber dann hättest du es ja gecallt Also wenn sie sagt, kommt Office rein Und er liegt schon Das kann nicht sein Die Leiche ist unter einer Sekunde Also der war gerade noch am Leben Ja, die ist ganz frisch Okay, Sakuri, tut mir leid Ich kann dich da leider nicht verteidigen Aber Geld krieg ich trotzdem, oder? Anwaltkosten Geld? Das ist wrong Da kriegt dich keiner mehr raus Sakuri, du wirst dir hechtet Ich krieg Sakuri da nicht mehr raus Stimmt nicht Aber warte mal Dann sterbe ich ja jetzt auch Wenn wir sie rausholen, oder? Ne, als Läuer nicht mehr Als Läuer schon Ich bin Läuer, Laura Was? Ich hab geskippt Ich hab sehr cool Also in der Monger Seid ihr halt wirklich einfach Alles klar Junge, Smeggy ist so ein Esel, ne? Also in der Monger Hallo 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 Oh, hallo Erstmal muss ich eine Sache gestehen Die ich sehr ungerne einsch... Also gestehe Aber es gibt Sachen Für die ich zu faul bin Research zu betreiben Und das ist eine davon Ich weiß nicht, was ein Drommel Da von einem Kamel unterscheidet Die andere Sache ist Meimel liegt auf dem Vent In Toilets Bei der Kabeltask Bedeutet, der wurde da gekillt Der ist auch tatsächlich Der... Das ist ein malziges Kamel Früher, also der Der neujahre Kill gewesen Weil den hab ich grad noch An den Kermis vorhin gesehen Kann man sagen Wie alt ungefähr? Das weiß ich nicht Bin gerade aus oberer Deacon rausgekommen Bin da hingegangen Hab meine Task gemacht Da lag die Leiche schon Und dann hab ich die Leiche report Nachdem die Task fertig war Aber ich jetzt 10 von 10 Also vor 10 Sekunden Hab ich ihn noch mit den Camps gesehen Vor Electrical rüberlaufen Also ich würd sagen Er ist halt drüber gelaufen Gestorben Also müsste er so Also relativ frisch sein Wahrscheinlich irgendwann Während Leitzaut Maximal 5 Sekunden meinst du Ich weiß nicht Wie lange gebrochen Von Ja er muss ja erstmal rüberlaufen Und in die Toiletten rein Also ich würd sagen Frisch Ich würd Smoothie rausnehmen Wenn er wirklich frisch ist Weil der war Der muss ja die Dekonstikulation haben Und war unten Also Smaggy war auch bei mir Kannst du nicht wiederum reinwerfen Mich willst du reinwerfen Katze würde Ja wenn er frisch ist Aber immer Achso ja wenn er frisch sein würde Dann ja Aber dann würde trotzdem Die Sache nicht zusammenpassen Dass ich ihn kille Dann meine Kabeltask mach Und dann erst reporte Gut ich werde mal Die letzten 28 Sekunden Dafür nutzen Sakuri Die schon die ganze Zeit Die Bubble hält Die leise Taktik Stimmt Ich würd aber gerne sagen Feine Katze Kann's auf jeden Fall nicht sein Also die hat mich nicht gemacht Weil ich hab's gesehen Wie aus hat die Konkam Und jetzt mal Die iklosiert hat Ist die Aussage wenig wert Na Nö Smaggy hör mal bitte auf Mir die ganze Zeit zu schreiben Das ist ja klar Ja Definitiv Das kann nicht sein Warum soll ich da Huren Boten Was ist denn hier los Ich bin voll Tut mir leid Smaggy hör mal auf Mir die ganze Zeit zu schreiben Entsprechende Anzahl von Höckern Die Höcker Sonntag ist Mario Kart Leute 18 Uhr Wie viele Anmeldungen Haben wir im Discord Ich glaub wir haben schon 12 Oder so Oder Wie viele Anzahl von Höckern Wie viele Anzahl von Höckern Also Ich muss es ganz kurz schnell sagen Das Problem ist Ich bin der Sheriff Und ich werde gleich von einem Jackal gegessen Und der Jackal Verdient ist Runde Deswegen werde ich dich nicht auskrollen Aber bitte warte Deswegen ein bisschen Bis du mich gäst Ich hab gerade Sakuri erschossen Als Sheriff Der Jackal weiß Das ist immer weggelaufen Ich bin auch weggelaufen Das Interessante war Beide Kills nebeneinander Vor Lifeline waren Bloody Kills Ich weiß nicht wo der dritte Kill liegt Aber Sakuri liegt auf jeden Fall dort Und Smaggy auch Ja ich hab Teste mit Smaggy zurückgelassen Kann ich auch mal was sagen Boah Katze Katze du hast getan Was wir nicht konnten Anscheinend im Vote Fantastisch Den Killer auf Katze Hab ich auch gesehen Also andersrum Ihn killen sehen Und Vivi ist dann hoch zum Vent Ne Ist Vivi tot? Ne Vivi lebt noch Ich bin hinterher gelaufen Weil da ne Bloody Spur ist Ja genau Ja genau So Kann ich ausreden Und dann stehe ich da mit Smaggy Licht geht aus Und dann hat einer reingestochen Und ist grad links unten zum Vent Und da bin ich hinterher Aber ich konnte halt nix sehen Wegen Twixer Licht Oder was das war Ja es war Twixer Light Äh glaube ich eben Voll und ganz Äh Vote hier Claire Ja also Katze Katze wart nicht Vivi wart auch nicht Ich bin mir sicher Dass Terze Schakal ist Okay ich guess für dich Faro Ja dann Meine Güte Ja Toll Faro Stark Reingehintert wieder Meine Güte Dann ist er Imposter Dann gibt's nur eine andere Möglichkeit Dass Katze Schakal ist Also ich kann sagen Terze Katze Terze und Katze Und Smaggy war in meiner Trap drin Ja Ich war nicht in der Trap drin Ich hab so getan Ich war nicht in der Trap drin Da waren Knechti drin Sakuri Und Smaggy Du warst Du warst In der Trap Ja komm Faro Ich hab Faro Junge fürs Fürs Inten Einfach Faro Raus mit dir Ach du Scheiß Ich glaub ihm sogar Dass er der Trapper ist Am Ende des Tages Aber ich geh da mit Stuggi mit Super Hä Ja 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 Haha Faro wird sich jetzt so aufregen Das ist lustig Faro wird sich jetzt richtig schön aufregen Schön abgelegt die Leiche Nee wie verloren Hä Warum denn verloren Was hast du denn Ich dachte ich hätte gewonnen Ah Junge ich freu mich schon Wo der Screen kommt Und sie verloren Ja man hat's an deinen Lachen Shoshi Mua Oh ne Ich hab nur zwei gemacht Dann haben sich Leute vergessen Dann wurde er in Media geworden Ich so ja okay Woll nicht Oh nein Shoshi du wusstest nur Ich war dein Bounty Deswegen wusstest du das Ah ich hab ihn am Inten Smaggy geschildert Erstes sticht ins Smaggy rein Dann sticht Sakuri ins Smaggy rein Und dann denk ich mir Geil ich laufe zum Button Und dann sticht Sakuri in mich rein Und dann sagt Smaggy so Der ist so safe Ja Smaggy hat auch richtig Clowns Nase auf Ich bin ja nicht hellseher Ja Du warst Smaggy Ja Also Ja Hättest du nicht sterben können Mir mal die Knarre geben Ich hätte die alle weggerufen Ja Freunde an der Stelle Hallo YouTube Ich grüße euch Eine geile Trickster Runde Wieder mal Der Trickster Light Hat hier Geregelt mit den Lügen Und Intrigen Ich sag es euch Freunde an der Stelle Gerne mal kostenlos Abonnieren auf YouTube Würde ich mich sehr freuen Ganz ganz viel Liebe geht raus Danke für den Support Und schaut unbedingt mal Bei dem anderen Channel vorbei Wir sind hier 9000 Abonnenten Und nur drüben 2800 Das heißt Einige haben den Channel Noch nicht abonniert Bitte lass dein Abo da Küsschen Mach nicht nur drüben Und das ist ein bisschen Ich glaube ich denke jaja Ich glaube ich habe es Ich habe es Ich habe es Ich werde es Ich glaube ich bin Alles